Wir holen das Ding daheim. Dann können wir definitiv einen nach Stuttgart stellen. Wir können einen stellen nach Wallzei und dann noch einen nach Mainz. Oh Gott. Hilfe. Da oben stehen noch Truppen, da stehen noch Truppen. Den Dullach können wir auch einen hinstellen. Wir können auch einen nach Dullach stellen. Das ist ein Gott. Zwei können wir gleich wieder hinstellen. Jetzt. Hm. Ja. Das ist genauso lustig, wie es das andere sieht. Nach Tabor können wir auch jemanden stellen. Natürlich nach Taurus. Das habe ich nach Taurus schon jemanden gestellt. Ich weiß es nicht. Bayreuth kann man auch einen stellen. Einer kann ja hier bleiben, wie man gesagt. Einer geht nach Bayreuth und einer geht nach... Wo geht der nächste hin? Nach Gera. Perfekt. Und dann haben es auch alle aufgeteilt. Wunderschön. Wunderschön. Ja. Und den lasse ich da vielleicht lieber nicht alleine stehen. Da füße ich auch mal nach Zittau. Gut. Das Schlimme ist, ich habe noch nicht genug Stacks, aber... Ich habe auch noch nicht genug Recruitenreserve. 9.880 Entwicklung. Werden wir heute die 10.000 knacken? Ich glaube ja. Uff. Einer steht dümmlich nützlos rum. Ei, auch so weiß ich mal nicht. Oh, kann ich jetzt noch Dänemark anrufen. Vielleicht kann ich auch noch. Übers Klawien ist Verteidiger des katholischen Glaubens auch wirklich... Uff. Was? Wo kommen wir hier jetzt hin? Mach die mal weg hier. Können die da stehen? Hier können die da stehen. Dann lassen wir sie doch da einfach stehen. Wo sieht sie denn jetzt aus? Langsam sieht das aus aus. Also Luca gewonnen. So, die kommen schon wieder angelaufen. In Venedig kriege ich halt gar nicht. Ich kann den Krieg gleich beenden. Jetzt gucken. 24, aber das geht schon. Ja, das passt schon. Hoffe ich. Bin mir nicht ganz sicher. Wieso? Ich kann nur leider Venedig. Kann ich Venedig vielleicht? Nee, Venedig will auch keinen Weißen Frieden. Kann ich Venedig? Nee, ich müsste erst erobern oder sowas. Aber ich kann es nicht erobern, weil ich keine Schiffe habe. Ich könnte natürlich Schiffe da oben bauen, aber bis die rum sind, ist A, das Spiel vorbei. Ach, ich vergesse mehr. B, muss ich die 2 Millionen Mal unterwegs operieren. Treu aktuellen Neugavali. Dann nehme ich die Prestige. Prästige. Januar, okay. Wir haben es gleich geschafft. Wir haben da oben nochmal eine große Schlacht. Sollen sie machen. So, dann kann ich die, glaube ich, auch jetzt mal nach Hause schicken. Dann kann ich meine Roma gewonnen. Perfekt. Rause. Wo war denn jetzt das letzte Ding? Ich bin zwar extra Januar. Puh, ja, easy. Ja, dann jetzt zu wem? Oh, Kriegsrevaluation noch und dann... Wie Geld gibst du mir denn? Kann ich mal so viel, ne? Wird noch irgendwas spontan fertig vielleicht? Ja, die da... Komm, die eroberten wir noch jetzt. Ich dachte, du sollst dich jetzt noch erobern. Dann kannst du auch aufhören. Jetzt brauchen wir nach da oben. Komm schon, das da noch. Na, komm. Also, so. Nu ist aber cool, ey. Nu ist aber wirklich gut. Und, guck mal, was gucken. Leider nein. Wenn Kastilien jetzt draußen mehr, könnte man noch mal was Verrücktes tun, aber... Da, gib mir mal Geld, ne? So, 2, 5, 4, 6, 9, 7, 8, 7, 8, 9, 7, 9, 10, 8... Dann, gönnen wir uns mal, ne? Nationalismus Ein Hoch Sonst wäre das gar nicht möglich 49 Machtprojektion Ja Auch sehr leicht hat mir irgendwann nicht mehr genug Gut, jetzt muss ich die ganzen Welt alle so irgendwie aufteilen F F Uff, uff, uff So, wo hab ich noch welche stehen Du gehst mal nach Nach da bitte Nun, und damit habe ich dann 10.000 Entwicklungen gleich erreicht Ach, wie schön Kannst du da jetzt nicht stehen Immer da Aber ob du kannst Ach Ja, ihr geht auch mal nach Hause Uff Ich hab jetzt noch mal richtig viel integriert Uff Ich hab jetzt noch mal richtig viel integriert Äh, äh, Inter Wo immer das ist Puh Oh, Jugoslawien ist auch ganz schön leer Gibt's nicht überhaupt noch so viele Regionen Es gibt immer noch 6 andere Äh, Moment Ich stell dich mal wieder nicht auf einen Haufen Ja Ich könnte mal wieder drillen Aber ich glaub das bringt's einfach nicht Ich glaub das bringt's einfach nicht das Drillen Also nicht mehr Weil Ich hab so viele Stacks Und ich kann davon irgendwie immer nur 2 Drillen Äh, 4 Stück drillen Ja, easy Ich will auch nicht pleite gehen So, Berg des Garten Auch ein paar Provinzen bekommen Sonst Einfach damit ich noch mehr haben kann Was halt nicht gehen müsste Wirklich? Großbritannien? Muss das jetzt sein? Muss das jetzt sein? Ach komm Jetzt haben die so einen Truppen insgesamt Junge, ich wollt grad erst mal ausruhen Verficktes Dreck Ach, diese dumme Drecks-KI, ne? Ja, ausruhen ist nicht Das war ein perfekter Wix Scheiß Dreck da Na geil, dann stand ausruhen darf ich jetzt gleich wieder angreifen Ach komm Mal rekruten das habe Mach das bald nicht mehr mit Äh Wem hab ich da? Dino Weiner? Fick dich doch Dino Weiner und Benson, oder? Fick dich doch einfach mal ins Knie So fick er sich diese dumme KI doch einfach mal ins Knie Sollst du in die Personalunion unter mich kommen? Nicht irgendwelche eigenständige Kriege führen Was fällt dir ein? Ja, das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen, ehrlich gesagt Was ist total abgeschaltet, muss ich mal sagen Füß auf Pinzgau Pinzgau möchte es trotzdem haben, warum? Ich hab auch irgendwas mit einer Festung jetzt, oder? Ja Eine Festung da oben So In der Schweiz hast du gar nichts gemacht Bremen auch nichts, aber naja, Trendepinzip auch nichts Äh Also danach brauche ich definitiv ne Pause Wenn mich danach noch jemand mehr, wobei ich gegen Polen kann man immer in den Krieg ziehen ziehen Das ist kein Ding, nicht? Jetzt hat natürlich Jugoslawien wieder Bock Wahrscheinlich kriege ich am Schluss nicht mal mehr was Okay, ihr haben ja immer nix gibt Nix gibt ihr einen immer Habe ich überhaupt noch Ah, eine Provinzabtrend noch Hast du echt gegen Utrecht gewonnen? Tafuck Was hast du denn gemacht? Tafuck Was hast du denn gemacht? Nein, ist klar Das Ziel hat gar nicht mehr Wir haben gleich mal nachgerüstet Das müssen die Penner da auch jetzt angreifen Jetzt Habe ich da noch einen Anspruch Da oben Lange hält dann der Anspruch auf Dänemann noch Ja, auf was kann ich denn noch einen Anspruch nehmen? Nichts weiter Also entweder habe ich schon oder mit Köln Schwierig alles Schwierig 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 Wirklich schwierig Im Spiel gehen langsam die Länder aus Ich habe so lange Ich habe vorher als Nightmare gespielt bis heute als Nightmare die Länder ausging Um 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 Hier geht mal in den Irren hin Wie kriege ich denn überhaupt im Monat neu? Ich kriege im Monat 17.000 Männer neu Was wollen die scheiß Schweizer jetzt? Wir sollen glücklich sein Das ist jetzt Teil von Süddeutschland Was kann man denn noch mehr wollen? Was kann man denn noch wollen? Mehr geht doch effektiv nicht mehr Wo habe ich denn noch mal umgelenkt zwischendurch? Nichts genau so ist hier nicht Wo soll ich denn wissen, wo meine Armeen stehen? Zeigen mir doch eine Waage? Oder was? Was? Moment was? Verstehe ich jetzt nicht Hab ich irgendwas gesagt? Hat mir doch nicht zugehört Ein Alenco von Wenz gewonnen Welche Ware? Hast du schon wieder gesoffen? Peter, was haben wir über Alkohol gesagt? Wo trägst du es denn?